Hallihallo, Moin, willkommen zurück hier. Die nordfriesische Marsch ist wieder hier. Ich bin immer noch am Wasser fahren bzw. Flüssigdünger verkaufen. Das machen unsere Autodrive-Fahrer. Ich habe mich entschlossen, jetzt nochmal ein bisschen Mist zur BGA zu fahren. Aber da wir sonst ja eigentlich nichts zu tun haben, gehen wir mal in einen 240er Vorspulrhythmus, damit wir den Dezember irgendwie auch noch überstehen und möglichst schnell in den nächsten Monat gelangen. So, ich will hier einmal Mist aufladen, wenn es gehen würde. Wieso schaffe ich das jetzt nicht, da passend ranzufahren? Das gibt es doch nicht. Hallo, Mist! Ach, jetzt. Okay, geht. Geht, geht, geht. Ja, es sind zwar jetzt einige Produktionen, die jetzt im Hut auftauchen, aber wir haben genügend Zeit, um uns darum dann eventuell auch noch im Januar zu kümmern. Und da machen wir jetzt ganz gemütlich einen Vorspuler. Wir lassen es, glaube ich, in der Geschwindigkeit jetzt die Nacht auch durchlaufen. Wir werden diesmal nicht schlafen gehen, sondern arbeiten durch, damit eben auch die beiden Autodrive-Kollegen mit Wasser und Flüssigdünger weiterfahren können. Ja, spätestens im Januar, sehen wir, müssen wir zumindest mal Diesel kaufen. Da wird es langsam eng. Und dann können wir auch mal gucken im Januar, ob wir vielleicht, ich weiß nicht, ob es da Missionen gibt. Habe ich jetzt auch im Dezember gar nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Das heißt, aber im Januar werden wir auf jeden Fall dann auch wieder mal Produktionen leer machen müssen. Da wird es, glaube ich, dann einiges produziert worden sein. Und wir sehen, die Liste wird länger, die Liste wird länger. Wir könnten da gleich mal schauen, ob wir Rüdenschnitzel oben von der Zuckerfabrik bekommen. Da könnten wir gleich mit dem einmal hochfahren, wenn wir hier abgeladen haben. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Oh, Brems, Brems! Oh, die Bremsen! So, ja. Kreditzinsen, Mietkosten. Betriebskostengebäude 83, fast 84.000 Euro. Oh, das ist eine Menge. So, da haben wir das schon mal erledigt. Zumindest ist mal eine Flur oder Mist hierhin gebracht. Hackschnitzel in der Zellstofffabrik werden auch langsam knapp. Das heißt, wir müssen bald Bäume fällen. Jetzt muss man gucken, was sagt er. Haben wir hier eigentlich irgendwas sowas wie eine Bauminfo? Ich hätte gedacht, dass wir da vielleicht sehen, wie alt der Baum ist, wie ausgewachsen oder so. Ja, 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 ja. Gibt es aber wohl nicht. So, naja. Da kommt wieder ein bisschen Geld durch den Flüssigdünger gerade rein. So, und wenn wir es dann irgendwie 8.09 Uhr haben und es hell wird, dann können wir auch die Zeit wieder runterdrehen. Dann bleiben wir, denke ich mal, auf einem 5er-Vorlauf. Da sind wir, glaube ich, ganz gut mit bedient. Das heißt, im Grunde, würde er mir dann Zuckerverpfiff. So, Zeit runterdrehen, Zeit runterdrehen, 5er-Vorlauf. So, was müssen wir jetzt machen? Ja, Mist, Mist. Werkstatt braucht Käse und Brot. Das hatten wir ja zugekauft. Das können wir auch wieder machen. Brot kaufen. 1000 Liter muss erstmal reichen. Beim Käse genauso. So, da. So. Mischration Mix 1 fehlt. Ja, Wasser bei der Zellstofffabrik. Hackschnitzel bei der Zellstofffabrik. Das ist noch ein großes Problem. Dübnerherstellung Mist. Wir haben doch hier irgendwo noch... Wo ist er denn? Den da. Wo ist eigentlich... Hä? Wir müssen doch noch irgendwo den... Den da, guck mal. Er ist noch größer. Äh, Mist. Fahren wir Mist. Mal gucken, da wird ja im Kuhstall schon wieder einiges produziert worden sein, denke ich mal. Der Haufen sieht auf jeden Fall groß aus. So, wo brauchen wir denn als erstes Mist? Äh, Düngerherstellung. Ja, gut. Dann, äh... Ist das klar? Anlieferung Dünger. Abladen. Bzw. Ja, gut. Da ist eh nicht so viel. Gut. Machen wir das so. Wie viel haben wir denn hier noch drin? Oh, es sind noch 25, 35. So, dann können wir doch, äh, den direkt sich hinten dran erholen. So, dann fährst du mir auch, äh, zur Düngeherstellung abladen. So, das Labor braucht Milch. Da kümmern wir uns auf jeden Fall gleich drum. Diesel. Diesel ist, äh, das Wichtigste. So, äh, aber wir gucken erst mal, was wir jetzt hier an Milch haben. 118.000. Äh, ja, gut. Passt. So, ähm. Haben wir irgendwas frei, das wir jetzt nutzen? Ah, genau, hier wollten wir. Wir wollten uns auch um die Belehrung der Produktionen kümmern. Das heißt, wir fangen hier wieder an, an der Pellet-Fabrik. Und arbeiten uns dann wieder, wie üblich, äh, einmal durch. So, Pellets. So, Pellet, auch 20 Pellet. Und Holzpellet. So, ab ins Lager. Und, äh, und dann geht's weiter zur, ähm, ja, ich denke mal, wir fahren erst zum Seegewerk. Und, äh, und dann nach, äh, zur Zuckerfabrik hoch. Wie schaut's denn in der Düngelproduktion aus mit... Und, äh, wir könnten, ich denke mal, wir müssten mal langsam hier wieder anmachen, weil Abwasser haben wir. Ja, jede Menge. Guck mal. Äh, wir schmeißen jetzt hier die Kläranlage einmal an. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, Dünge, äh, Flüssigdünger sind immer noch 126.000. Da ist also noch einiges, äh, zu fahren. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ein bisschen Geld machen, weil der Kontostand, das ist halt das Problem im Winter, genau, Winter. Wir wollten, oh, wir hätten eine Pflügemission. Oh, komm. Äh, fällt ein. Und, äh, 71. Haben wir hier noch irgendwo... Ja, hier ist noch ein Traktor. Dann, äh, wenn es Geld zu machen gibt, äh, dann muss, muss das auch gemacht werden. Da fährt doch kein Weg dran vorbei. So, was haben wir gesagt? Feld 71. Feld 71. Feld 71. So, und wir können hier weitermachen. Ah ja, hier ist, äh, hier ist der erste angekommen mit, äh, Mist. Dann wird der zweite gleich in der Warteschlange stehen und nicht weiterkommen. Kennen wir doch das Problem. Aber, äh, da können wir uns drum. Ähm, was war das denn jetzt, hallo? Äh, okay, jetzt geht's. Das war jetzt aber ein ganz komischer Move. Hm. LS, was machst du da mit mir? Boah, da muss ich mal krass gucken. Äh, kein, keine Fehler. Das war, äh, so, ähm, wir machen hier schon mal an. Wir laden erst mal hier aus. Und dann können wir den LKW nämlich schon mal wieder zum Abladen schicken. Während wir uns um die nächsten, äh, Probleme kümmern. Ja, das sind dann nur noch Leerpaletten. Ja, ich hab das Gefühl, das wird das gar nicht alles sehr... draufbekommen. So sieht's auch aus. So, äh, hoof. Paletten abladen. Dann schicken wir den hier. So, los. Und, äh, weiter geht's. Wir suchen uns Arbeit. Äh, genau, hier. Und, äh, der hat abgeladen. Äh, dann würde ich sagen, holen wir doch, äh, noch ein bisschen, ähm, Mist nach. Düngerproduktion, mal gucken. Wir machen mit dem hier Einkauf Mist, äh, zur Düngerproduktion, Anlieferung. Äh, wo ist er? Bier, Mist. So, einmal den. Und, äh, den lassen wir mit dem Mist, äh, zum, zur BGA fahren. Und hier steht schon wieder einer in der Schlange. Ja, ja, so, wie schaut's aus? Äh, ja, hier müssen wir gleich mal gucken, ob der das schafft mit dem automatischen Mistkauf. Weil ich, weil ich, weil einer von den beiden hatte ja immer schon leichte Probleme gehabt. So, gibt es noch mal. Hofpaletten abladen. Der ist angekommen, okay. Das klappt schon mal, das ist gut. So, du bist hier auf ein Missionsfeld angekommen. Das heißt, dann kannst du hier auch loslegen. Das passt alles. So, du schaffst hier deine Ausfahrt nicht. Dann fahren wir zur Zuckerfabrik. Zucker, Zucker. Da wird es, denke ich mal, auch einiges geben. Zucker, Melasse, Dessilliermittel. Da dürfte auch einiges schon wieder produziert worden sein. Wir müssen aber auf jeden Fall auch gucken, dass wir irgendwas verkaufen. Weil wenn wir nachher noch Diesel kaufen wollen, sieht das mit dem Kontostand eher mau aus. Da müssen wir irgendwas tun. Wir haben auch noch die Zellstofffabrik, die müssen wir auch Lärm räumen. Hey, die hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. Da müssen wir auch gucken. Also wir haben auf jeden Fall für den Januar noch das eine oder andere zu tun. Das steht schon mal fest. Ich meine, wir haben jetzt die Produktion ja quasi zwei Monate nicht leer geräumt. Und das merkt man schon. So, dann machen wir hier schon mal an. Wir haben jetzt hier rein. Wir haben 43 paar Latten Melasse. Das ist schon mal eine Menge Zucker. Haben wir 350.000 Liter. Wie schaut es hier aus? Aber hier können wir ja schon mal 46.000 Liter. 10 Paletten Zelliermittel. Wir sind reich. Ja, das bringt auf jeden Fall gutes Geld. So, ja. Wir sind voll. Das heißt, der kann abrufen. Warte. Das ist doch ein perfektes Bild hier. Die beiden bei der Arbeit. So. Äh, drücken. So. Äh, wie schaut es aus? Ja, guck mal. Wir sind auch zeitmäßig von wieder voll drüber. So. Das heißt, Ihr Lieben. Das war's für heute. Morgen, dann geht's weiter. Ja. Hiermit, äh. band. Woller Action. In und um, äh, die NF Marsch. Schaut gerne wieder rein. Ich würde auf jeden Fall wieder sehr freuen. Bis dahin. Macht es gut. und Tschüüüüü.